Herzlich Willkommen zurück bei Franz vs. Streak Heute mit dem von einigen gewünschten Randy Orton werden wir versuchen die Streak wieder mal zu beenden nachdem wir ja in der letzten Episode es geschafft haben mit Seth Rollins So, also Match starten und wir gucken uns den ganzen Mist wie immer an So Taktik bleibt die gleiche und ich hoffe ihr habt immer noch Spaß an dieser Serie, an dieser Let's Play Serie Let's Play Defeat the Streak So Mal gucken Special Moves AKO und Punch Kick Okay Im Lauf kann ich alles machen, schön Angry Storms und Spike DDT Okay, alles klar Ich werde anfangen erstmal im Ring zu agieren Da war ich schon am Anfang zu langsam So, aber gekonntet habe ich Ähm Und möglichst schnell das ganze Ding hier zu beenden So Da war wohl nichts Achso und die Fähigkeiten wollte ich noch gucken Ähm, Fähigkeiten haben wir Wir haben Resilience hier im 100% pro Jahr Und Comeback Moment Kann uns auch zu nützen sein Eventuell Aber nur Eventuell Nein Bands mehr schenken Wird wieder Zeit Whippen 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 Zum Turnbuckle Den wir nicht kontern Den wir nicht kontern Hm Okay Leute Okay Leute Also konzentrieren Möglichst schnell Finisher kriegen Hier raus mit dir Einmal kurz Und taunten So, was ist denn da mit dem Boden da hinten? Mit dem Heimboden In der Nähe vom Kommentatorenpult Pult Ist zum Braun, ne? Wollen wir mal Luthespress Jawoll Sehr schön Taunten So, auf den Kopf Das war Rein Gar nichts Close line Bitte kommen wir in den Backbody Drop Oh Elbow 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 Nein, 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 nein Taker Jawoll 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 So, Punch, 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 Punch Jetzt aber Der muss doch jeden Scheiß Kontern Komm, Taker Sei mal realistisch Okay Sehr realistisch Sollte sein Mann Ich will mal den Hangman Dedity zeigen Aber ich glaube Das kann ich schon vergessen Äh Was mit dir denn? Jawoll 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 Der Hangman Dedity Ich hab ihn gezeigt Zeig zum ersten Mal Oder ich mach ihn zum ersten Mal So Taten wir mal Und laufen wir auf ihn zu Mit dem Mit dem AKO Oh 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 Jawoll Komm Das ist der Sieg Nein Okay Okay, warte mal Probieren folgendes Comeback So, was muss ich drücken? Dreieck Nein Das kann doch nicht sein Ich bin so schlecht in QuickTime Events So schlecht Na, Dreieck Dreieck, ja Okay Komm X Jawoll 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 Seid Scheiße Seid Scheißen Dreck Jawoll AKO erneut Nein Oh 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 Nein Mach den Gong weg Mach den Gong weg Muss nach vorne Er hat Äh Finisher Und Signature Move auch noch hinterher Äh Ähm 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 Das lief so gut, Leute Raus 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 Ich geh zur Stage Und warte darauf Dass er einen Finisher an mir ausführt Hoffentlich Ist das nicht so wie beim letzten Mal Da ging es so einige Male schief Waah Zack Na komm, Taker Ich muss mich nur einmal umdrehen Äh Ich konnte schon wieder nicht, Konter Habt ihr gesehen Keine Anzeige dort Ich durfte nicht Kontern Verdammt der Scheiße Äh Ja, lauf hin Lauf hin, wo du willst Ich will ihn nicht abhalten Oh, ich dachte, jetzt mach den Lift ab Pildriver Oder Katapult Pildriver Könnt ihr nennen, wie ihr wollt Sein Kopf ist aber schon rot Gut zu wissen Gut zu wissen Lass mich Lass mich Lass mich Lass mich in Ruhe Ja Supi Richtig supi Nu Badam Haha Weil wenn man das dann mischen Er könnte mir jetzt Ne, kannst du vergessen Ganz vergessen So, jetzt Kopa Klatsch oder so Full Nelson auch okay Geht aber auf die Arme, ne Braue ich auch nicht Ne, auf den Körper Ich brauche was, was auf den Kopf geht Er hat ein Signature Move Er hat ein Signature Move Alles easy Right Nein Nein Ja Ich drücke immer zu früh Och man Och man Das ript er uns auch noch Dahin Close line Taunt Submission Ich finde schade, dass man nicht das ganze Moveset im Pausenmenü einsehen kann Das wäre ganz nützlich Mister Lass mich Komm Komm Und Das sieht gut aus Das sieht gut aus Auch nicht Geht auch nicht auf den Kopf So ein Scheiß Mach doch mal einen Snapman Attackdown Oder sowas Den Headlock Irgendwie sowas Vielleicht Zeit Headlock Mitgekontakt Wer hätte dies gedacht Wer hätte dies gedacht Ähm Hm Laufen wir eine Runde Bam 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 Nochmal versuchen Jawoll Resiliency Geh weg Tschüss Gut So stelle ich mir das vor Hm Hm Das ist ein Signature Move Das geht nicht gut aus Ich weiß das Ja Last Ride Get the Out Kein Finisher Kein Finisher Kein Tombstone Aber pinken kannst du mich trotzdem nicht Kleiner Schlingel Bam bam Ja mach doch den Scheiß Es ist wenigstens vorbei Wir sind total am Ende Aber sowas von Kannst du aber annehmen Taunt Taunt Ich mach jetzt noch Ähm Ein Finisher Sammeln wir dann noch Ein Finisher Und Geh dann zurück zum Ring Und probier's dann Na dann halt so Ja dann nochmal taunt Ja ja Kannst rumschwimmen wie du willst So Kamera Wechselt anscheinend nicht Du sollst liegen bleiben Liegen bleiben hab ich gesagt Natürlich Vorausgesetzter Taker Ähm Hat kein Finisher Sonst gehe ich natürlich nicht in den Ring Das wäre mir dann doch zu riskant Auf dem Kopf Warum auch nicht So Ich würde gern Signature Move vorher ausführen Danke War aber kein Signature Move Wieso macht er die Angry Storms nicht Dann gehen wir halt so In den Ring Hoffentlich kommt der Taker nicht so schnell hinterher Aber ich kann ja auf ihn zulaufen Und dann den RKO zeigen Wenn alles so klappt Soll ich nehmen Anlauf Na Na Äh Kann ich dir helfen Kann ich dir helfen irgendwie Jawoll Was War das denn Ich muss vom Kopf kommen Reicht das Na Boy Eins Dann halt nochmal Vom Kopf muss ich kommen Vom Kopf Nein Oh 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 Der Chokeslam Fick dich Äh Ich geh nochmal raus Hab ich Spontan entschieden Weil du um kannst mich nämlich mal Geh zurück Ja ja Ich dachte der RKO hat gesessen Oder der Finisher wurde wenigstens abgezogen Aber nein Vielleicht hätte es ja dann geklappt So mal gucken Ob er vorher Er dreht sich automatisch zu ihm Während ich nicht taunt Achso Deswegen muss ich taunten Alles klar Aber es ist ja kacke Weil manchmal klappt es Manchmal nicht Und ihr habt es ja sicherlich auch schon gesehen Es hat schon einige Male geklappt Vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Rezept oder so Oder Eine Anleitung dafür Vielleicht könnt ihr mehr Tipps geben Falls ihr diese habt Dann schreibt sie mir in die Kommentare Das wäre sicherlich interessant zu wissen Den Resiliency Bonus kann ich ja somit vergessen Weil ich so schlecht bin in Dings Aber ich muss noch Warum könnt ihr denn die Angry Stomps nicht mehr zeigen Die sind doch nicht Ähm Nur im Ring möglich Am Bodenoberkörper Boom Habe ich laufen gedrückt Na Überspringe ich mal So Äh Sehr gut Nimm das Taker Geh einfach mal auf Den Oberkörper Wollte ich sagen Ich möchte Submission zeigen Danke Nur damit dein Körper irgendwie Orange wird oder Rot Mir egal Hat sich noch nicht geändert Schade Er hat ein signature move Er hat ein signature move Nein Nein mein Freund Nein mein Freund Oh doch Doch mein Freund Doch mein Freund Nein Nein Er schickt uns zurück Nein Feuer stopp Feuer stopp Immer ein Tornfeuer Jaja Wenn wir den kurzen sind So 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 gehen wir Zurück zu unserem Lieblingsplatz Und versuchen Irgendwie Dass er uns rumdreht Und wir Content können Äh Die wollen mich doch verarschen Oder was Schon wieder nicht Was mach ich falsch Muss die Torn grad anfangen Muss es am Ende vom Torn sein Ich weiß es nicht Weiß es echt nicht Leute Nimm das Taker Ich könnte ja auch mal Grapples zeigen Aber Die werden ja immer Gekontert Ihr kennt den Mist Ihr kennt den Mist Zack Und Scoop Slam Ein Outschool Scoop Slam So nimm das Dann nehmen wir ihn hoch Und wir einfach mal Ein Groggy Grapple Warum hat er Warum macht er keinen Groggy müsste ja Auf jeden Fall schon sein Aber ich will ihn nicht Mit Gelbem Körper Nochmal versuchen zu pinnen Kickt er wieder Bei eins aus Der Sack Der Sack Hihi Hihi Äh Hihi 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 Siehst du Wenn er mich so rumdreht Dann geht es nämlich viel einfacher Oh 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 Ja Mhm Klappt wieder super Wieder super Hey Ho Er Oh oh Der gute Mann Will uns whippen Abstopp Ben Ich muss jetzt Seinen Move irgendwie Kontern Hoffentlich Nö Ohne mich Ohne mich Ich bin ein kleiner Feigling Oh er darf nicht ganz Am Ende stehen Muss vielleicht hier so stehen Aber ich bin zwar Ich glaube dass er sich dann Trotzdem rumdreht Ne Ähm Ähm Habt dafür keine Worte mehr Hat doch oft das geklappt Warum denn jetzt nicht Warum denn jetzt nicht Boom Was sagt Oh der Schaden sieht gut aus Das heißt Noch einmal Finisher sammeln Und dann Dann gehe ich auf Dann gehe ich auf das Ganze Kann die Folge ja nicht Eine halbe Stunde lang machen Habe auch noch zu tun Nein Nein Mein Freund So nicht Trotzdem noch die Angry Storms gerne zeigen Außerhalb des Rings Aber nein Ich darf ja nicht Ich darf ja nicht Ja mach doch Mach deinen Scheiß Alleine Taker Und Einmal da Machen wir einmal Luthespress Und dann gehen wir in den Ring Und warten Auf den guten Oder den verehrten Kollegen De 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 So hoffentlich klappt es jetzt Wehe wenn nicht Oh er kommt von da Okay Booyah Vom Kopf aus Komm One Two Three Hahaha Ja okay Oh schaffst du am Ende doch noch Den Sieg herbeizubringen Mensch Krasse Shit Krasse Shit Sehr schön Sehr sehr schön Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Was ein Match Aber am Ende Haben wir doch noch Gewonnen So Was sagen die Punkte Bestimmt wieder 60.000 Was Was 43.000 Punkte Finisher Reversal Fotos Null Wieder Reset Sie Null Okay Naja Nach deinem Sieg gibt es neue Fotos in einem Fotoalbum Die neuen Können im Fotoalbum Angeschaut werden Gucken wir uns diese doch mal an Warum konnte ich die gerade nicht hochladen Haben nicht gelesen Gewonnen habe ich doch Oder weil die niedriger waren als mein bisheriger Skyscore Man weiß es nicht Was Guckt mal Leute Das ist der Rang von der letzten Folge 72 Mensch spielen ja viele Leute 72 Ehe Was ist denn die 1 Kann ja nicht so hoch sein Guck Ich hoffe es war Null Gibt es wohl einen Bug 100.000 Also es ist echt low Das ist ja wöchentlich Ist ja wöchentlich Muss man dazu sagen So wo sind Fotoalben Ähm Wahrscheinlich denn Hier ne Fotoalbum Oder bei 12 bestimmt Ja mit welcher Schön Da fehlen mir aber noch ein paar Krieg die dann freigeschaltet Ich hab doch den Accelerator genommen Den Beschleuniger Warum sind die denn Warum sind die Sachen dann noch nicht freigeschaltet worden Egal Auf jeden Fall sehen wir uns ja dann morgen wieder Haut rein Leute Auch Randy Orton gelingt es Die Streak vom Undertaker zu beenden Na ja Undertaker muss sich langsam mal Sorgen machen Um seine Streak Kann man ja langsam oder bald Nicht mal so nennen Wenn es so weiter geht Ne Ach Gab natürlich wieder ein paar Schwächen In diesem Match In diesem Match Aber letztendlich Haben wir es geschafft Durch den AKO Ja Schreibt mir in die Kommentare Mit wem ich das nächste Mal versuchen soll Die Streak vom Undertaker zu beenden Und gebt diesem Video Und gebt diesem Video Einen Daumen hoch Ja Bis dahin Bis zum nächsten Mal Haut rein Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal